Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin wieder mal der Tarek. Ich bin Sandra, hallo. Hallo. Wir haben heute, oder du Sandra hast uns heute einen Fall mitgebracht, der uns wieder zurück nach Deutschland führt. Genau, und zwar in die Eifelregion, Kreis Euskirchen sind wir heute. Stöte nicht bei Kall, um das genau auszusprechen. Es geht um die Familie Schießberg. Ja, soll ich gleich mal anfangen? Ja. Oder vielleicht vorweg einmal eine kurze Erklärung, weil normalerweise gehen wir immer sehr vertieft auf die Kindheit ein oder auf die Jugendzeit, was da alles so passiert. Bei diesem Fall machen wir es nicht so, wir werden euch nur ganz kurz am Rande ein bisschen was zur Kindheit oder zum Aufwachsen erzählen, sondern wir legen diesmal viel mehr den Fokus auf, was ist eigentlich nach der Tat passiert, weil das ist genau das Spannende bei diesem Fall. Ja, also nur das vorweg zur Erklärung. Genau. Es geht um die Familie Schießberg. Genau, ich beginne. Also, es geht um Ralf Schießberg. Er ist der Sohn von Dieter Schießberg. Er hat noch eine ältere Schwester. Das ist die Ellen Schießberg. Die Familie ist sehr verwurzelt in dem Dorf, stöte nicht und sind da schon sehr lange eine angesehene Familie. Sie haben einen Familienbetrieb, eine Kfz-Werkstatt und einen Autoverkauf. Und über die Kindheit sagt oder beziehungsweise über die Beziehung zu dem Vater sagt der Ralf eigentlich nur, dass sie gar nicht gut sei, noch nicht wirklich oder noch nie wirklich gut gewesen ist. Auch die Ellen sagt, dass die Kindheit eher schwierig war, dass der Vater sehr hohe Ansprüche hatte an die Kinder und dass im Prinzip kein Kind diese Ansprüche hätte erreichen können. Er war zudem auch eher dominant. Wichtig ist noch in diesem Zusammenhang, dass der Vater den Ralf schon vor der Tat aus der Firma, aus diesem Familienbetrieb, eben in irgendeiner Art und Weise rausgeschmissen hat. Und die Nachfolge war bereits auch schon geklärt, dass die Ellen eben die Nachfolge angetreten ist. Die war aber zu diesem ganzen Zeitpunkt, was wir euch jetzt erklären, selbst im Ausland. Genau. Hat er also ein Alibi. Sie hat vor allem keine Mittäterschaft, aber dazu erzählen wir euch eben später was. Gut, also es geht um die Familie Schießberg, da gibt es den Papa Schießberg. Dieter. Dieter. Dann gibt es die Schwester Schießberg, die Ellen und dann gibt es noch den Ralf. Genau, zur Mutter habe ich nichts gefunden. Zur Mutter haben wir nichts gefunden. Okay, ja, Ralf wird seitens seiner Schwester und auch der Nachbarn als, wird nur Positives berichtet, er sei sehr nett, höflich, hilfsbereit gewesen. Ein Nachbar spricht in diesem Zusammenhang auch immer wieder davon, dass die Dorfgemeinschaft zum damaligen Zeitpunkt wirklich familienähnliche Strukturen hat, was, ja, kann man sich jetzt darüber streiten, je nachdem, ob man vom Land kommt oder in der Stadt lebt oder aufgewachsen ist. Ich selbst bin in der Stadt aufgewachsen, ja, wenn eine Dorfgemeinschaft von sich selbst meint, sie seien eine große Familie, ist das sicher toll, klingt auch nett. Nur sehen wir in diesem Fall, welche Ausmaße das annehmen kann, aber dazu später mehr. Ja, es ist genau diese Gemeinschaft, der Johann P. nicht angehört. Denn Johann P. ist innerhalb dieses Dorfes Mitglied eines Familienclans und zwar gehört er dem Volk der Jänischen an. Das ist ein sogenanntes fahrendes Volk. Sandra wird uns dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen, aber im weitestgehenden Sinne kennen wir das wahrscheinlich, oder die meisten von uns wahrscheinlich im Zusammenhang mit Roma und Sinti. Die Jänischen gehören zwar nicht zu dieser Volksgruppe, aber sind in gewisser Art und Weise vergleichbar. Haben sehr viele Merkmale zusammen. Genau. Ja, die Schwester berichtet noch über Johanns Kindheit, dass diese eben auch nicht einfach war. Und da er eben, und das ist kulturell bedingt, erzählst du uns jetzt was, Sandra, er eben nicht bei seinen Eltern aufgewachsen ist. Also eine ziemlich entwurzelte Kindheit. Genau, was eigentlich völlig normal ist in dieser Kultur. Also die haben wirklich ganz andere Prioritäten, legen den Fokus in ihrer Lebensstruktur, in ihrem Werdegang ganz anders. Es ist bis heute noch ganz oft in diesen verschiedenen Kulturkreisen so, dass die Kinder im Prinzip total rumgereicht werden. Also die wachsen seltenst bei ihren Eltern auf. Die Eltern sind oft getrennt voneinander arbeiten oder auch zusammen irgendwo anders arbeiten, oft in anderen Ländern. Also sie verlassen oft das Heimatdorf, ja, entweder das Heimatdorf, also da, wo sie sich gerade niedergelassen haben, befindet sich da dort, wo die Sprache noch gesprochen wird oder eben aber auch im Ausland. Ja, das ist auch ganz häufig so, dass die Familie sich dann eben, also auch diese jenischen sind in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich, gibt es eine Volksgruppe, die man finden kann, sagen wir es mal so. Aber das heißt nicht, dass die Eltern in dem Ort dort wohnen, wo die Kinder sind. Die Kinder werden im besten Fall dann von den Großeltern aufgezogen oder eben auch von Onkel, Tante, Cousinen und so weiter. Sie haben eine vergleichbare Clan-Struktur, also sind miteinander, untereinander, leben zusammen, leben in sehr großen Familien verbunden, zusammen wissen, wo einander, was los ist. Fokus bei diesen Vollgruppen ist zum Beispiel auch nicht die Bildung, also dass man jetzt sagt, die Kinder sollen besonders gute Schulnoten erreichen und eine sehr gute Ausbildung finden. Da ist überhaupt nicht der Fokus drauf. Sie angeln sich oft von so Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjobs. Dadurch entsteht halt auch oft eine milieubedingte Kriminalität, weil sie oft dann Sachen verkaufen oder dealen oder ja, irgendwelche Sachen machen, die nicht ganz mehr in dem legalen Bereich anzufinden sind. Das ist jetzt auch mal ein gewisses Vorurteil, was sich halt aber auch in dieser Volksgruppe auch gut bestätigt. Ja, und genau diese Umstände führen dazu, dass auch berichtet wird, dass Johann bereits in seiner frühen Kindheit Erfahrungen mit Gewalt und eloquenten Verhalten gemacht hat und chronisch unter Geldmangel und Geldproblemen litt. Durch die Ermittlungen wurde dann auch bekannt, dass er bereits wegen Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft war. Im Allgemeinen sagt die Schwester aber, dass Johann ein sehr lieber Mensch war, der eine sehr gute Beziehung zu ihren Kindern hatte. Diese zwei Seiten schildert eben auch der Ralf. Also Johann habe zwei Seiten, zwei Gesichter gehabt. Auf der einen Seite war er ein total toller Mensch gewesen und auf der anderen Seite hatte er etwas stark Asoziales in seinem Verhalten. Er äußert sich auch, dass er diese verschiedenen Verhaltensweisen im Prinzip von seinem Vater her kennen würde. Also, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil der Ralf sagt oder zur Erklärung gibt er dann an, dass er aufgrund dessen dieser zwei Verhaltensweisen eben keine Distanz zum Johann aufgebaut hat, weil er es ja kannte. Er redet dann auch davon, dass er ihm hätte helfen wollen oder verändern wollen. Moment mal, stopp. Also in welcher, wir wissen jetzt einmal ganz grob was von der Familie Schießberg und wir haben jetzt was zum Johann P. gehört, der eben dieser Volksgruppe, die jenische angehört. Aber in welchem Verhältnis stehen Ralf und Johann zueinander? Die sind sehr gute Freunde, wobei genau das halt schon das Problem ist. Der Johann gehört, wie gesagt, zu dieser Volksgruppe, die im Prinzip von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird. Also die Dorfgemeinschaft nennt dieser oft auch liebevoll Schrottfritzen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie nennen sie sie? Schrottfritzen, weil sie mit Schrott handeln. Darüber haben sich Johann und Ralf auch kennengelernt. Ralf, der in der Werkstatt mit Kfz-Teilen zu tun hatte. Und Johann oder seine Familie, die mit Schrott gehandelt haben. Also jetzt haben wir auch, genau, alle Vorurteile und alle Bilder der ganzen Gesellschaft sind damit aber auch bedient. Alles da, ja. Alles da. Und genau diese Freundschaft war so stark und so innig und gleichzeitig war das das Problem vom Ralf. Also weil er ja im Prinzip zu jemandem Kontakt hatte, der ausgestoßen oder der nicht integriert war. So wie er selbst. So wie er selbst. Wobei er auch nur, also er hat sich alleine gefühlt. Er war aber von der Dorfgemeinschaft natürlich aufgrund der langen Familiengeschichte voll und ganz integriert. Was das bedeutet, dass der Ralf sagt, er wollte den Johann helfen und verändern, bleibt halt offen. Ja, also ich kann es nur so interpretieren, dass der Ralf damit meinte, dass er den Johann hätte integrieren wollen. Ob das jetzt wirklich seine Motivation war oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Sie waren aber definitiv gut befreundet. Okay, aber genau diese Problematik oder dieses Hin und Her, was du beschreibst, hat dafür gesorgt, dass er nicht wirklich auch von Johann weg konnte, oder? Genau, genau. Wir hören es auch im nächsten Einspieler. Lass uns den Einspieler machen, dann wird es irgendwie auch klarer. Ja, zu einer Seite habe ich an ihm gehangen. Auf der anderen Seite hat mich zwar sein stellenweise soziales oder asoziales Verhalten abgestoßen, aber ich hatte die Hoffnung oder den Glauben daran, ihn irgendwie ändern zu können, weil er hatte ja auch gute Seiten. Mhm, okay. Ja, die Schwester von Johann berichtet auch ganz klar darüber, dass die Dorfgemeinschaft sie nicht im Dorf haben wollten und auch, dass der Vater von Ralf Johann nie gemocht habe. Und dazu werden wir dann noch eine originale Bestätigung hören. Ja, es verbannt die beiden, nämlich Ralf und Johann, trotzdem eine sehr starke Freundschaft. Sie haben viel miteinander gelacht, viel unternommen und sich auch wirklich gut verstanden. Auch der Anwalt, den Ralf später benötigen würde, bestätigt diesen Eindruck. In einem Interview berichtet er davon, dass Ralf, als er über seine Tat bei Gericht berichtet habe, so bitterlich geweint hat und Emotionen gezeigt hat, die eigentlich nur von Reue und Verlust geprägt waren und die er so in dem Ausmaß eigentlich nur bei Verbrechen kennt, wo zum Beispiel ein Partner den anderen umbringt, das jetzt in einer Ehe ist oder nicht oder irgendwie eng verwandtschaftlich oder partnerschaftlich verbunden. Genau, aber eine sehr starke Beziehungstat halt darstellt. Ja, ich komme auch direkt zur Zutate selbst. Die fand am 17. Januar 2012 statt. Der Tatort war eben diese besagte Autowerkstatt der Familie Schießberg im Keller. Der Ralf war damals knapp über 40 Jahre, der Johann war damals um die 32 Jahre und sie haben sich in der Werkstatt getroffen. Ralf nennt diese Begegnung als Wendepunkt im Prinzip vor allem. Okay, und das hören wir uns jetzt mal an. Hat er es verloren? Im Ruchteil einer Sekunde, mein Leben verloren und er hat sein Leben verloren. Genau, also diese paar Sekunden haben über ganz viel Leben und eben auch Tod entschieden vorweg. Also sie haben sich, Ralf und Johann haben sich in der Werkstatt getroffen. Vermutlich haben sie über Geld und Schrott gesprochen, gehandelt und ähnliches. Es kam dann aber zum Streit. Ralf sagt später in der Verhandlung aus, dass Johann ihn in diesem Streit eben auch bedroht habe und auch Gewalt angewendet habe. Was genau in diesem Konflikt war, wissen wir nicht. Dazu gibt es auch keine konkreten Aussagen von Ralf. Es konnte jedenfalls durch die Ermittlungen dann festgestellt werden, dass es kein Gerangel oder Sonstiges gab, sondern dass der Johann auf der Treppe stand, die aus dem Keller hinaufführte und Ralf weiter hinten im Kellerraum stand. Was auch immer passiert, im Kellerregal lag ein Jagdgewehr des Vaters von Ralf und mit diesem Jagdgewehr hat er dann auf Johann geschossen und traf ihn im Bereich der Rippen an der Seite. Johann schaffte es noch die Treppe hoch, stürzte jedoch direkt bei der Treppe, als er oben angekommen ist. So viel eigentlich nur zur Tat. Ja, das wirkt jetzt für mich jetzt einmal, wenn ich es das erste Mal höre, ein bisschen wirr. Fest steht, dass es anscheinend irgendeine Auseinandersetzung der beiden gab. Naheliegend aufgrund der Geschichte ihrer Freundschaft, die auch irgendwie eine Geschäftsbeziehung war, dass es sich um Geld gehandelt hat. Und dass Johann tatsächlich mit einem Jagdgewehr hier erschossen wurde von Ralf. Warum, weshalb, wie das zustande gekommen ist, das versuchen die Ermittler jetzt zu rekonstruieren. Denn Ralf, so wie ich das verstanden habe, Ralfs Begründung ist mehr oder weniger, er wurde angegriffen und das war doch alles Notwehr. Genau, er hat auf Notwehr plädiert und ein Motiv, wie du es gerade erwähnt hast, ist eigentlich nie wirklich festgestellt worden. Genau, das ist halt schon ein bisschen verdächtig. Also jemand macht eine Kellerluke auf, stöhnt hinunter und will dir an die Wäsche und dich mal richtig schön verprügeln und du erschießt die Person. Und wenn du dann gefragt wirst, warum das alles war, kannst du keine Antwort darauf geben. Also wenn da schon eine konkrete Begründung fehlt, ist das schon eigenartig. Die Ermittlungen gehen jetzt in die Richtung, dass wirklich versucht wird, das Ganze irgendwie zu rekonstruieren. Und dabei kommt raus, dass es, wenn es ein Gerangel gegeben hätte, das irgendwie in diesem Kellerraum nachgestellt hätte werden können, weiß ich nicht, aufgrund der Positionierung von Gegenständen, wie auch immer. Das ist aber nicht der Fall. Man hat natürlich auch jetzt immer die forensischen Beweismittel an der Hand, dass man jetzt irgendwie, wenn eine Schusswaffe abgefeuert wurde, natürlich Schmauchspuren hat, die Patronenhülsen findet, die Flugbahn der Patronenhülsen sehr genau rekonstruieren kann, von wo gefeuert wurde. Wie weit weg man gestanden ist vom Einschlag des Projektils her. Und da ist ganz klar rausgekommen, so wie du gesagt hast, Johann am Eingang der Treppe, Ralf weiter hinten im Keller und ein Schuss oder in weiteren Folge sogar ein zweiter, zu dem ich gleich komme, aus einer veritablen Distanz. Und jetzt nicht irgendwie im Zuge eines Gerangels. Genau. Dieser zweite Schuss, und jetzt wird es ganz schräg, der erste traf ihm die Rippen, der zweite war ein glatter Genickschuss. Damit war Johann tot. Gegründen tut Ralf das im Zuge seiner Notwehrstrategie damit, dass nach dem ersten Schuss sein Vater herbeigeeilt sei. Und gleichzeitig, während er kam, die Feuerschutztür so laut zuknallte, dass er sich erschrak und der Vater direkt auf ihn zukam und ihn sofort konfrontierte mit, was hast du da getan? Und aus einer Mischung von Erschrockensein, Einsamkeit, vor den Kopf gestoßen hat, ich weiß es nicht, hat er halt ein zweites Mal abgedrückt. Ja, oder einfach Panik vor dem, was passiert ist. Panik. Die Waffe ist ein zweites Mal losgegangen. Genau so war es. Das sagt er dann nicht. Die ist losgegangen. Aus Versehen. Aus Versehen. Ralf schildert diese Situation eben wie folgt. In diesem Augenblick höre ich dieses Knallen von dieser Feuerschutztür und mein Vater kommt rein und sieht mich und fährt mich direkt an. Was hast du getan? In dem Augenblick kam ich mir so verloren, ausgestoßen, total einsam, unendlich einsam vor und keine Ahnung. Ja, klingt jetzt schon ein bisschen eigenartig. Nein, es klingt nach keiner Erklärung. Ganz einfach, er gibt eigentlich keine Erklärung ab. Ja. Ja, also für mich klingt es einfach so nach einem Ringen und einem Suchen nach Wörtern. Ja. Ohne was auszusagen. Er will seinen Vater nicht belasten, er will seine Version nicht bestätigen, wiedergeben oder irgendwas. Er weiß es einfach nicht, wie das dazu kam. Ja. Das ist eine Ausweichstrategie, ganz klar. Der Richter jedenfalls äußerte sich dazu wie folgt bei der Verhandlung, dass jeder Schuss absolut tödlich gewesen sei. Und dass, ja, und dass es hier aufgrund der angeblichen Drohungen bei Ralfs Verteidigung dazu kommt, dass er auf Notwehr plädiert, ja, es hält dem ganzen Prozessverlauf nicht wirklich stand. Es gab auch zuerst in der Verhandlung, gab er an, dass sich beide Schüsse versehentlich gelöst haben. In weiterer Folge, ebenso wie eingangs schon gesagt, behauptet er dann nur, dass der zweite Schuss sich aus Versehen gelöst hat. Laut einem Gutachten wurde aber festgestellt, dass sich aus so einer Waffe nur sehr schwer Schüsse versehentlich abfeuern lassen. Genau, wir müssten vielleicht dazu erklären, dass es eine Schrotwaffe war, mit Schrotmunition. Genau, also das ist, ich bin jetzt auch kein Waffenexperte, aber so viel weiß ich, dass Schrot natürlich verheerendste Verletzungen hervorruft und auch von der Munition her streut. Und jetzt, ja, fürchterliche Waffe. Ja, Ralf wurde zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt, vor allem wegen dem zweiten Schuss. Laut Richter Dr. Gerd Nohl habe die Täter das Opfer heimtückisch erschossen. Des Weiteren steht auch im Urteil, dass Johann zum Schluss Ralf eine Summe von 30.000 Euro schuldete. Das ging dann so weit, dass sich Ralf wiederum irgendwie Geld leihen musste. Also, ja, klares Motiv scheint hier einfach wirklich Kohle gewesen zu sein. Seine Frau wusste von deren Schulden hier doch nichts. Also, mittlerweile sind sie geschieden, aber damals hat die Frau ausgesagt, dass Johann, dass Ralf im Prinzip überhaupt gar nicht mehr mit ihr über seine Probleme gesprochen hat. Also, er zog sich sehr zurück. Seitdem er den Johann kennengelernt hat, sagt sie, ist er ein ganz anderer Mensch geworden. Und das habe sich alles total verändert. Sie umschreibt diese Beziehung auch damit, oder mit den Worten, als ob er ihm hörig war. Das klingt für mich irgendwie so klassisch nach Schuldumkehr. Ja, also so würde ich das auch sehen. Der Ralf, also der Ralf ist vielleicht nur in dem Punkt schuldig, laut ihrer Variante, weil er mit ihr seine Probleme nicht geteilt hat. Ja, sie hätte ihm doch helfen können. Und das war es dann aber auch, ja. Ja, jetzt könnte man in diesem Fall eigentlich sagen, okay, unverständlich, tragisch, fürchterlich, alle Umstände wurden geklärt, der Täter ist gefasst, der Prozess wurde abgeschlossen. Wir machen Schluss. Nein, aber wir müssen eigentlich wieder zurückgehen zur Tat. Genau, das, was jetzt wirklich schockierend ist an diesem Fall, ist nicht nur die Tat an sich, sondern vor allem eigentlich, was sich danach zuträgt. Genau. Wie bereits geschildert, wurde eben Johann von Ralf erschossen. Zum Zeitpunkt des Mordes ist ja zufällig auch eben der Vater von Ralf in die Werkstatt gekommen. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt eigentlich das Unfassbare. Das ist der Trigger-Moment. Anstatt die Polizei zu rufen, geschieht nun folgendes. Vermutlich, Ralf und sein Vater nahmen die Leiche von Johann und schafften sie wieder zurück in den Keller, bedeckten sie dort mit Plastikplanen. Ralf rief danach seine Frau an, dass sie in die Werkstatt kommen sollte. Dort angekommen, sollte die Frau den Tatort reinigen. Zuerst wollte sie das nicht, aber aus Liebe zu ihrem Mann, weil er ihr immer wieder sagte, du musst, du musst. So gibt sie das irgendwie später an, habe sie angefangen zu putzen. Sie habe sogar noch eine weitere Bekannte gerufen, die als Reinigungskraft gearbeitet hat. Und auch sie hat geholfen. Beide Frauen haben den Tatort so gründlich geputzt, dass die Spurensicherung keine Beweise mehr finden konnte. Und die Frau hat für die Mithilfe sechs Monate auf Bewährung bekommen, wegen Strafvereitelung. Ja, unglaublich, oder? Also da wird die Frau gerufen und die macht wirklich mit. Also so ein soziales, emotionales, gesellschaftliches Rechtsbewusstsein ist komplett ausgesetzt. Ja, es ist einzig und allein familiäre, gesellschaftliche, geiselhaft, die sämtliche Impulse von richtig oder falsch überschreibt und dafür sorgt, dass nun mehr oder weniger alles tut. Genau, ja, und diese Fokussierung mit, wenn jetzt einer nicht das tut, um alles zu verdecken, dann ist diese eine Person die Person, die alles aufdeckt. Ja, das ist schon sehr heftig. Wie ging es weiter? Ja, es vergingen zwei Tage und in diesen zwei Tagen lag die Leiche weiterhin im Keller. Dann kam ein Bekannter zu Ralf. Ralf schilderte ihm, was passiert sei. Und der Bekannte hat ihm daraufhin angeboten, das Gewehr zu entsorgen. Er hat das Gewehr mit einer, ich sehe, du schüttelst den Kopf, ja, es ist wirklich unglaublich. Er hat das Gewehr mit einer Flex durchtrennt und die verschiedenen Teile in den nahegelegenen Ruhrsee geworfen. Diese Teile wurden sogar später nie gefunden. Dieser Bekannte hat für diese Handlung auch aufgrund der Strafverhaltung zehn Mutentaufbewährungen bekommen. Aber es geht noch weiter. Also währenddessen die Leiche im Keller lag, erreichte der Familienplan von Johann die kleine Stadt. Die Familie von Johann war sich eben nach ein, zwei Tagen total sicher, dass etwas passiert sein musste, weil es war sehr ungewöhnlich, dass Johann sich eben nicht telefonisch meldet bei der Familie oder bei irgendeinem Familienmitglied. Und so haben zusammen alle Familienmitglieder begonnen, Johann zu suchen. Und sie verlangten im Zuge dieser Suchaktion auch, in den Keller zu kommen. Ralfs Vater hat zuerst den Zugang verweigert, indem er eben gesagt hat, er hätte jetzt keinen Schlüssel zur Werkstatt dabei. Und sie haben dann irgendwie auf dem Grundstück woanders schauen können dürfen. Und nachdem der Schlüssel vorhanden war, hat sogar Ralf die Familie in den Keller geführt. Allerdings war auch gerade in diesem Moment kein Strom im Keller. Also sie konnten nur ganz schwer irgendwas sehen oder erkennen und haben halt definitiv nichts gesehen. Zeitgleich hat der Vater die Polizei gerufen. Ja, das ist so absurd, dass man schon fast wieder lachen muss. Also ja, nichtsdestotrotz. Dieter Schießberg hat eben die Polizei gerufen und veranlasst, dass die Familie einen Platzverweis erhält von der Werkstatt. Die Familie hat zur Polizei damals gesagt, dass dort im Keller eine Leiche sei. Die Polizei hat aber den jenischen natürlich nicht geglaubt. Es stand ja das Wort einer namhaften Familie mit einem alteingesessenen Familienbetrieb gegenüber einer deliquent lebenden Gruppe, die mehr oder weniger, zwar nicht ausgesprochen, aber gesellschaftlich in der Praxis also unerwünscht galt. Ja, da hat die alteingesessene Familie die Glaubwürdigkeit der Polizei an sich reißen können. Und ja, dann wundert es auch nicht wirklich, wem die Polizei glaubt, wenn die da gesellschaftlich genauso verstrickt sind in dieser Situation, in dieser Dorfgemeinschaft. Ja, eine ganz grausame Form des Vorurteils. Der tote Körper von Johann wurde nun auf einen Anhänger geladen. Dieser Anhänger stellte Ralf zuerst auf dem Grundstück seiner Schwester ab. Dieser war immer noch verreist. Am Anfang der Folge ja schon gesagt, dass die außer Landes war, zum Tatzeitpunkt. Nach einem Tag kam ihm das auffällig vor, dem Ralf, und so stellte er den Anhänger auf einem Parkplatz vor einem Schwimmbad im Krall. Ja, das war ja Jänner, also der Parkplatz war ja unbenutzt. Nach ein paar Tagen hat Ralf mit einem Bekannten über die ganze Geschichte gesprochen und dieser Bekannte habe ihm wiederum freiwillig seine Hilfe angeboten. Er besaß ein, also es ist überall, wohin sich Ralf wendet, fällt nie das Wort Polizei, sondern nur, ich kann dir helfen. Auch nur nicht Täterschaft und nicht irgendwas. Und er erzählt es ja auch jedem. Also, ich meine, die Vorstellung, ich bringe jemanden um und erzähle es dann und bin mir mehr oder weniger sicher, dass nie was passiert ist, also das finde ich schon so absurd. Das muss so eine verschworene und sichere Beziehungsgemeinschaft gewesen sein, dass er sich selbst mit einem Mord, wobei er sagt ja, es war kein Mord, er wurde aber wegen Mord verurteilt, also können wir hier sagen Mord, an seine Leute waren. Und daher, es hat ihn ja niemand verurteilt, also ich meine jetzt nicht das Gericht, sondern ich meine die Freunde. Anscheinend hat ihn da ja niemand wirklich verurteilt, weil wenn ich jemanden verurteilen würde, zutiefst mit, das war ein schlechtes, das war ein falsches Verhalten, dann würde ich ihm ja nicht meine Hilfe anbieten, oder? Ja klar. Also in diesem Ausmaß vor allem. Ja, ich meine, mir fallen wirklich als Parallelen einfach nur die dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte ein, während des Zweiten Weltkriegs, in dem das Leben von Juden weniger wert war, als das Leben von anderen Menschen. Aber genau das ist es, ja. Genau. Es ist der gleiche Mechanismus. Genau das ist es, ja. Der Bekannte, der ihm seine Hilfe anbot, besaß eben ein Grundstück, auf dem eine verpachtete Garage drauf stand und er meinte, solange der Pächter diese Garage nicht nutzt, könne Ralf den Anhänger dort unterstellen und das tat er dann auch. Doch als der Pächter aber wieder zurückkam, musste der arme Ralf den Anhänger erneut von dort entfernen. Und daraufhin hat er seinen Vater gefragt, ob... Genau, dieser Bekannte, Entschuldigung, dieser Bekannte, das finde ich dann nämlich auch immer die Konsequenz für diese Hilfsleistungen, finde ich dann immer so dermaßen marginal, also die gehören eigentlich wirklich, Entschuldigung, wirklich länger eingesperrt. Der Bekannte, der bekam für seine Mithilfe, wurde für 80 Tagssätze verurteilt, Geldstrafe. Auch wegen Strafvereitelung natürlich, ja. Weil Mithilfe ist es ja nicht, weil Mithilfe wäre die Mithilfe des Mordes gewesen. Ja, genau, Strafvereitelung, ja. Ja, Ralf ging daraufhin zu seinem Vater und hat den Vater gefragt, ob er doch wisse, wo man etwas entsorgen könne. Der Vater wiederum rief einen weiteren Bekannten an, der auf einer Mülldeponie arbeitete, also konkret auf der Bauschuttdeponie in Erftstadt-Kierdorf. Wobei, da ist jetzt der erste Unterschied. Anscheinend hat der Vater von Ralf, diesem Bekannten, keine Details darüber preisgegeben, was entsorgt werden musste. Der, ähm, vermutlich wanderte dann die Leiche mit anderen Sachen auf diese Mülldeponie und beim Entladen oder beim Umschichten, das ist nicht so ganz klar, ähm, der, 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 der Sachen sah dann dieser Bekannte ein Bein aufblitzen. Und nur deswegen geht's jetzt zum Ende. Also der Bekannte hat zwar sehr wohl zuerst wieder den Vater von Ralf angerufen und hat gesagt, hey, hol dein Zeug hier wieder ab, davon will ich nichts wissen. Also der hat den angerufen und hat gesagt, nicht die Polizei gerufen, hat den Dieter Schießberg angerufen und gesagt, hey, hol dein Zeug wieder ab. Ja, zumindestens im ersten Schritt. Alter. Im zweiten Schritt und jetzt ist es dann halt auch zu Ende und im zweiten Schritt hat er dann doch die Polizei angerufen und die Polizei war zuerst dort. Also wir wollen uns nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn, ja, die Polizei war zuerst dort, sie haben die Leiche gefunden. Und, ähm, diese ganze Zeit betrug zwei Wochen. Also rund 14 Tage nach der Tat wurde erst einer, ähm, oder, ja, hat erst eine Person gesagt, nee, Staub, hier gehe ich nicht weiter und rief die Polizei. Das ist jetzt gar nicht so lange her, oder? Wenn du sagst, du sagst, 2012, oder? So ein Fassbücher. Die Eifel hilft sich, das ist der Leitspruch. Der Region, oder einer. Ich meine, solche Sprüche gibt es ja in jeder Region im Prinzip, ja. Ja, wir verlinken euch ja auch diesmal wieder auf Social Media, ähm, und in Shownotes die Quellen. Es gibt, ähm, für die Einspieler, die wir verwendet haben, wirklich eine, eine extrem packende, ähm, Doku zu diesem Fall. Ähm, ja, das, das ist einfach, ja, und eben, auch im Nachhinein, ähm, wird, wird die Tat irgendwie, ähm, von Ralf, ähm, durch die Dorfbewohner noch immer entschuldigt. Also eine damalige Frau meint, dass Ralf, ähm, zu dieser Zeit, zu dieser Tat, äh, gezwungen wurde. Ähm, ein damaliger Kollege meint, ähm, dass er sich doch nur zur Wehr gesetzt habe. Aber dafür müsse man doch Verständnis haben. Ein weiterer Nachbar meint, äh, dass Ralf, ähm, vom, ähm, Täter zu dieser Tat getrieben wurde. Auch Ralf selbst, äh, bedient sich dessen, äh, und hofft noch immer auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Und, ähm, sieht die Tat, ähm, ähm, noch immer, ähm, wie folgt, ähm, in diesem Einspiel. Für mich ist das immer noch keine Tat. Ich habe nichts anderes gemacht, wie in diesem Augenblick mein Leben verteidigt. Hier können wir hundert Leute sagen, oder hier können wir noch tausend Richter sagen, das war ein Mord, in meinen Augen war es keiner. Ja, also, äh, wirklich Schuld annehmen, äh, tut er nicht, ja, egal was Richter, Gesetze oder sonst was sagen. Ähm, und du hast eh vorhin schon die Verbindung, äh, zur DNS-Zeit gezogen, ähm, es ist ja genau das, ja, also der andere ist schuld aufgrund seines Verhaltens. Na, welchem Verhalten? Ja, also da haben wir jetzt den Johann, der jetzt, ob er vorbestraft war oder nicht, ist total irrelevant. Und der wird jetzt, aufgrund dessen, dass er einfach nur da war, anwesend war, vorhanden war, existiert hat, wird ihm die Schuld im Prinzip, ähm, zugesprochen. Also, was für eine absurde Argumentationsschiene. Ja, also, es ist auch eine vollkommene Entmenschlichung. Ja. Also, das ist ja genauso, als würde ich jetzt, ähm, meinen Nachbar fragen, ob ich mir seinen Anhänger ausleihen kann, weil ich hab hier, weiß ich nicht, wie viel Kubikmeter Schutt, die ich sonst nicht wegbringen kann. Und der hilft mir halt netterweise, borgt mir diesen Anhänger und sagt mir dann auch noch, wo ich das hinbringen kann. Ja. Ähm, und der Schutt an sich, in diesem Beispiel, hat denselben Stellenwert wie ein Mensch. Genau, genau. Auch, ähm, in der Doku, die du gerade erwähnt hast, äh, sagt ja der Ralf, also der Ralf formuliert ja nie, äh, mein Freund oder, äh, Johann oder so. Er umschreibt ja immer nur die Tat, er umschreibt auch immer nur das Opfer. Also, er distanziert sich extrem davon und sagt, ja, dann, äh, ich musste nur mich und meine Familie schützen. Auch da, warum seine Familie schützen? Vor was? Ja, ähm, es ist eine konstruierte, ähm, Schuldumkehr, äh, die aber wirklich geglaubt wird. Und das ist das Erschreckende an diesem Moment, ja. Also, die Dorfbewohner, die glauben ihren Erklärungen, weil in dem können sie halt auch leben. Ja, hätten sie den Ralf im Nachhinein als Täter oder schuldig, ähm, erkannt, hätten sie ja auch diese ganzen Mithilfen als falsch, ähm, als gesellschaftlich nicht in Ordnung abstempeln müssen. Ja, dann wäre ja das halbe Dorf plötzlich dran gewesen. Ja, vor allem einfach klassische Täter-Opfer-Unkel. Ja, 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 Kopf in den Sand stecken. Täter-Opfer-Unkel, auch das kennen wir aus der NS-Zeit oder nach der NS-Zeit. Ähm, ja, da driften wir sonst zu weit ab, aber, ähm, auch hier war die Methodik der Täter-Opfer-Umkehr durchaus, ähm, durchaus, ähm, gängig. Äh, und, ja, das geht bis in heutige politische Verhältnisse auch hinein, ähm, dass das natürlich immer toll ist, ähm, sich in eine Opferrolle zu begeben. Das, ähm, letzte Kapitel in der Geschichte, ähm, wird im Jahr 2018 geschrieben, als, ähm, Ralf Schießberg, ähm, kurzzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Er hat mittlerweile, ähm, Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und wurde noch im selben Jahr in Stötenich beigesetzt. Schreibt uns, ähm, schickt uns eure Kommentare, wir sind wirklich, ähm, sehr, sehr interessiert daran, zu wissen, was ihr davon hält und, ähm, wie es wirklich, ähm, und das ist, wir reden hier nicht über ein Verbrechen, das irgendwie in den 1950er-Jahren stattgefunden hat, das war 2012. Wie kann sowas sein? Wie kann sowas passieren? Wie kann ein ganzes Dorf eine komplette Volksgruppe entmenschlichen und, 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 und einen Mord begehen und alle tragen das gemeinschaftlich mit? Mhm, das Geheimnis, ja. Ja, ja. In diesem Sinne, danke Sandra für diesen Fall. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächsten Montag. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.